Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten, und Megat G&C Bautechnik AG, ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik. Wer kennt das nicht? Ein Zug, den man gerade noch so knapp erwischt, oder die Prüfung, die man mit Ach und Krach bestät. Und dann gibt es hier noch die grossen Entscheidungen, die manchmal so richtig eng werden. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag, wo unser Thema heute knapp geschafft. Manchmal sind Kleinigkeiten, die über den weiteren Verlauf eines Lebens entscheiden können. Bei Rebeca war es eine Begegnung, die alles verändert hat. Vorher war ihr Leben prägt von Drogen und Verzweiflung. Für David Bäni war schon von klein auf klar, er will Pilot werden. Aber der Weg dorthin ist lang und immer weiter gehen für ihn alle Türen zu. Zuerst aber zum Jürg Pulver. Der Familienvater ist sich als Schlosser das Arbeiten auf hohen Leitern gewöhnt. Angst kennt er nicht. Aber dann, im Dezember 2012, passiert es. Jürg Pulver fühlt sich in der Menge unwohl. Bei Lärm und viel Betrieb kann er sich schlecht orientieren. Auf seinem linken Ohr ist er taub. Das ist sehr unangenehm, weil die vielen Geräusche kommen wie eine Wand. Ich kann dann einfach die einzelnen Geräusche nicht mehr unterscheiden. Für mich hört es sich so wie Lärm. Das Stören tut einfach die einzelnen Stimmen. Ich kann es mit zwei Ohren unterscheiden. Und mit einem Ohr geht das nicht. Vor zwei Jahren hatte er diese Beschwerden noch nicht. Jürg Pulver arbeitet als Schlosser und montiert Solaranlagen. Es ist seine letzte Arbeitswoche, bevor er einen neuen Job im Aussendienst antritt. Wir waren recht unter Druck. Wir wollten das vor Weihnachten noch drauf tun. Und es war natürlich auch im Wintermonat sehr kalt in dieser Woche. Wir hatten aber schönes Wetter wie heute. Es war eigentlich genau gefährlich. Es war auch nicht frisch. Was ich mich noch mal erinnere, ist, dass der Arbeitskollege Material unterhalten hat. Und von dort an ist dann ein Filmriss bei mir. Von der Leiter von drei Metern bin ich dann runtergefallen. Auf den Hinterkopfbrillen, die Sonnenbrillen hatte ich noch angehauen. Ich bin wirklich mit voller Wucht auf den Betonboden rücklings hinten drauf. Nur bruchstückhaft kann sich Jürg an das erinnern, was dann passiert. Mit der Ambulanz wird er ins Spital gebracht. Immer wieder verliert er das Bewusstsein. Der Arzt sagte, der Bulver hat mehrfach einen Schädelbruch, Schädelbasisbruch und ein schweres Hirntrauma. Und dann habe ich gedacht, dass ich durch den Kopf, eigentlich sollte die Schell jetzt tot sein. Ja, das wäre wahrscheinlich. Jürgs Frau Annemarie erfährt am Telefon von seinem Unfall. Ich bin sehr erschrocken, dass ich ein Sorgung aus dem Ohr blüht. Und das war natürlich für mich klar, dass er einen Schädelbruch hat. Und das war natürlich schon ein lähmender Gedanke, was da wird sein. Und da habe ich einfach meinen Gedanken im Herzen einfach wirklich verbeten für Jürg. Die Ärzte kämpfen um Jürgs Leben. Die Lage ist ernst, die Verletzungen nach dem Sturz sind schwer. Jürg kann nicht selbstständig atmen. Die erste Nacht verbringt er an einem Beatmungsgerät. Ich habe keine Angst bekommen. Ich wusste, eigentlich solltest du jetzt hier sein, aber du lebst ja noch. Also habe ich schon spürt, Gott hat da bereits eingegriffen. Sonst wäre ich ja schon gar nicht mehr da. Nein, ist aber so ein Frieden und eine Freude über mich gekommen. Das kann man sich ja nicht erklären. Man weiss ja nicht, wie man reagiert. Einfach eine Geborgenheit und eine Ruhe verspürt. Eigentlich völlig nicht an der Situation angepasst. Nach 24 Stunden kommt Entwarnung. Die Ärzte teilen Annemarie mit, dass ihr Mann nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Sein Zustand verbessert sich. Also sie haben die Auflage gemacht, dass ich einfach laufen kann. Also sie haben gefragt, was weiter können. Würden sie denken, dass ihr nach Hause könnt. Ich habe gesagt, dass wir daheim Stegen gehen können. Es war mir so ein Sturm. Es war schon ein Erlebnis, dass ich auf einmal allein das Brünchen sitzen und die Zänge putzen konnte. Das war für mich schon das Highlight. An Silvester darf er nach Hause zu seiner Familie. Für mich war es ein grosses Wunder, vor allem, dass er so überlebt hat. Das wurde einem erst im Nachhinein bewusst, dass es so anders sein konnte. Mit diesen Verletzungen, dass er gelähmt sein konnte, dass er auch geistig ein Problem haben könnte. Aber wir haben wirklich ... Mein Mann und die Kinder ihren Vater, so wie wir ihn kennen, zurück dürfen. Das sind wir sehr, sehr dankbar. Jörg scheint sich langsam von dem Unfall zu erholen. Doch bald merken sie, dass etwas nicht stimmt. So Schatz, nimmst du los, Käffchen? Ich habe gemerkt, dass er nicht reagiert, wenn ich ihn anrede. Oder auch gewisse Lärme, also Pegel, was es gibt, Staubsauger. Das hat ihn sehr genervt. Oder wenn man mal wirklich sechst am Tisch sitzt, kein Besuch ist gekommen. Es sind gewisse Stimmfrequenzen, die ihn sehr kribbelig gemacht haben. Es ist also genervt. Ich habe dich gefragt, wie du die Kaffee machst. Erst sechs Monate nach dem Sturz stellt sich heraus, Jürg ist auf seinem linken Ohr taub. Nur dank einem Implantat kann er wieder Geräusche wahrnehmen. Das hat sich leicht verbessert. Mit dem Hilfsmittel, mit dem CI, ist es auch gleich wie ein gesundes Ort. Ich bin auch noch im Hörtraining. Es wird langsam besser. Aber es ist beides. Es wird auf der einen Seite besser, und auf der anderen Seite müssen wir einfach lernen, damit umzugehen. Seine Freizeit verbringt der aktive Sportler gerne auf dem Vitaparcours. Die eine Übung ist, wo man auf die Trämmel hochkumpelt, und dann die Balance hat. Wieder einen Boden, und dann wieder hoch die Balance hat, und dann eben auch 5 Sekunden halten. Und die macht mir sehr Mühe. Das kommt vom Ohr her, weil das Gleichgewichtsorgan drin ist. Und durch diesen Unfall, durch diesen Bruch ist das kaputt gegangen. Das kann man auch nicht mehr flicken. Das ist nicht möglich. Deswegen muss der Gleichgewichtssinn aktiv trainiert werden. Dies kostet Kraft und Motivation. Ich wollte unbedingt wieder an die Grenze kommen und schauen, was geht noch, was geht nicht mehr. Ein paar Mal hatte ich auch eine richtige Erschöpfung, die wirklich nichts mehr ging. Das habe ich vorher nicht gekannt. Mit diesem muss ich einfach klar kommen und merken, ich mache, was ich kann, aber ich kann halt nicht mehr als vorher. Nicht nur körperlich, sondern auch innerlich muss Jörg sich immer wieder aufraffen. Die Kraft, denke ich, das hat wirklich mit dem Glauben zu tun. Ich weiss nicht, wo ich stehe ohne Glauben. Ob ich ein Loch geheilt wäre, oder depressiv wäre geworden, oder auch zu kämpfen. Ich würde ja wieder weiterleben. Ich denke schon, dass mir Gott einfach auch Kraft hätte gegeben. Ein halbes Jahr nach dem Sturz geht Jörg wieder arbeiten. Er tritt seine neue Stelle im Aussendienst an und verkauft nun Werkzeuge, welche er früher selbst benutzt hat. Am Anfang musste ich mir alles aufschreiben. Ich habe vieles vergessen. Ich wollte jemandem anrufen, mit jemandem gesprochen. Am Schluss noch eines musste ich fragen, wie er geheißen hat. Es war schlimm. Vom Hirntraum her hatte ich schon recht Defizite. Trotzdem arbeitet Jörg Vollzeit. Er muss sich in seinem neuen Job beweisen, auch wenn die Folgen des Unfalls ihn täglich begleiten. Am Anfang dachte ich mir natürlich, dass ich viel schneller gehe. Ich erhole mich viel schneller. Und jetzt muss man einfach sagen, dass das mit dem Ort kaputt ist. Ich gehöre zwar mit dem CEI, aber das macht doch recht müde. Und mit dem Ruckum zu gehen, ja, ich denke, jeder Job ist eine Herausforderung. Und Arbeit gibt es zu tun. Da kann man drehen, wie man es will. Nach den langen Arbeitstagen findet er Erholung am Thunersee. Mit seinem Schicksal hadert der 53-Jährige nicht. Höchstwahrscheinlich wäre ich tot gewesen nach dem Sturz. Und eigentlich Dankbarkeit. Nein, ich habe eigentlich nie an Gott gezweifelt. Ich bin ihm dankbar. Es gab mir viel mehr Vertrauen, auf das Fundament von Jesus zu stehen. Ich habe erlebt, dass er ihn nicht fallen lässt, auch wenn es dann mal kritisch wird und es darauf ankommt. Er ist einfach da. Für David Beny wurde es beruflich knapp. Schon die Aufnahmeprüfung zum Pilot bestand er nämlich nicht. Wie wollte er so gerne fliegen? Der Traum vom Fliegen. Ein Bubentraum für viele, auch für David Beny. Mit seiner Familie besucht er den Flugplatz Bad Ragatz im Sarganserland. Große Erinnerungen werden wach. Hier ist er als Junge zum ersten Mal geflogen. Zwölf war er damals. Ja, das war ganz genial. Ich war natürlich mega aufgeregt und habe mich extrem gefreut. Und dann haben wir eine Cessna 152, äh, dreiviertel Stunde lang durfte ich fliegen. Ja, dass so eine Maschine überhaupt in die Luft kommt, dass das überhaupt geht, das fasziniert mich sehr. Und nachher natürlich abzuheben und von oben runter können das Zeug anschauen. Ein grosszügiger Pilot lässt Familie Beny in sein Flugzeug steigen. Das Kindheitserlebnis hat bei David einen Wunsch geweckt. Da hat mir gerade die Ärmel reingerissen und ich habe mich völlig fasziniert vom Fliegen nachher und dachte, was ich eigentlich machen könnte, wie und wo, dass mir das möglich wäre, dass man selber fliegen könnte. David will Militärpilot werden. Der Beruf des Linienpiloten ist ihm zu wenig abenteuerlich. Als Teenager bewirbt er sich darum für die fliegerische Vorschulung. Dieser Kurs erlaubt die Ausbildung zu Militärpiloten. Doch David wird nicht aufgenommen. die Ausbildung zu haben. Ich habe dann auch keine andere Möglichkeit eigentlich gesehen, um das zu verwirklichen. Ich habe wirklich gedacht, dass das die einzige Möglichkeit wäre für mich. Denn so finanziell, so ist es selber zahlen, wäre natürlich absolut nicht möglich gewesen. Und von dem her ist die Türe zugegangen und für mich der Traum ist geplatzt. David zu Hause bei seinen Eltern in Igis bei Landquart. Hier ist er aufgewachsen. Dass sein Kindheitstraum so früh platzt, beschäftigt ihn lange. Es tut wirklich in dieser Zeit, jedes Mal, wenn ich das Flugzeug gehört habe oder wenn ich das Flugzeug gesehen habe, hat das schon wehtun. Wahrscheinlich wie hinter einer Glaswand. Ich kann es nicht anlangen. Ich komme nicht dazu. Es gibt keine Möglichkeit, zu dem zu kommen. Neben der Fliegerei beschäftigt David der christliche Glaube. Seine Eltern vermitteln ihm christliche Werte. Als Teenager will er eine Zeitlang nichts mehr damit zu tun haben. 1999 wird der Glaube für ihn erneut zum Lebensinhalt. Es wurde mir bewusst, dass Jesus mich wirklich von Herzen gerne hat. Dass er mich so gerne hat, dass er für mich gestorben ist. Und dort habe ich entschlossen, mein Leben für ihn einzusetzen. Es kommt eigentlich nicht darauf an, wie viel Geld ich verdiene. Es kommt nicht darauf an, dass ich zwei, drei, vier Autos habe und meine Träume verwirklichen kann. Ich will wirklich so leben, dass ich Jesus Christus kennenlernen kann und andere Menschen zuhelfen, um ihn durch mein Leben kennenlernen zu können. Und das, was ich mache. Nach der Sportmittelschule in Davos steht David Benni vor der Berufswahl. Der Traum vom Fliegen ist gestorben. Er nimmt ein neues Ziel ins Visier. Ich wollte dann auch wirklich weg, etwas Neues, etwas Abenteuerliches machen. Ich habe mich dann entschieden, dass ich ein Psychologiestudium machen möchte in Amerika. Ein mutiger Entscheid, denn Englisch ist nicht seine grosse Stärke. Ein Englischlehrer hat mal gesagt, David, du hast Talente, du hast einige Talente, aber Englisch ist sicher nicht eins davon. Im Englischen wirst du nie zu etwas schaffen. Die Aussage ist eigentlich mit mir mitgekommen, die ich ein Leben lang mitgebracht habe. Und bis jetzt sage ich, dass ich es wahrscheinlich nicht kann, dass es wahrscheinlich nicht geht. Und durch so etwas, was eigentlich negativ ist, wo ich dann immer gedacht habe, dass ich wahrscheinlich nicht arbeite. Darum versteht mich die Leute nicht. Lernen kann ich sowieso nicht richtig. Und er hat mich dazu angesprochen, um harter zu arbeiten, um zu arbeiten, um mehr zu lernen, um hinter die Bücher zu gehen und zu püffeln. David geht darum nach Vancouver, um sein Englisch zu verbessern. In jener Zeit hört er von Bekannten von der Moody Aviation School, einer Flugschule, die in den USA Busch- und Missionspiloten ausbildet. Sofort ist David Feuer und Flamme. Der Traum vom Fliegen lebt wieder auf. Es hat mich natürlich fasziniert, dass man Leuten helfen kann im Busch draussen, wo man tagelang laufen oder ein Boot nehmen muss. Und jetzt in 20, 30 Minuten, eine Stunde Flug kann Leute evakuieren oder rein und raus bringen. Und das mit Hilfe der Luftfahrt, das ist natürlich absolut genial. Ich denke, dass es eine Möglichkeit wäre, ist es immer noch nicht, weil es weiter weg war. Es ist in Amerika, anderes Land, andere Sprache. Und da habe ich nicht gedacht, dass ich das jemals schaffen würde. Komm. Ja. Die Anforderungen der Schule sind hoch. Ein Jahr Theologiekurs, dann in zwei Jahren die Ausbildung zum Flugzeugmechaniker. Zum Schluss folgt die zweijährige eigentliche Pilotenausbildung. David will unbedingt an diese Flugschule, doch immer wieder stellen sich ihm Hindernisse in den Weg. Für internationale Studenten sind einwandfreie Englischkenntnisse wichtig. David macht den erforderlichen Sprachtest. Dann habe ich dann den Testresultat zu mir rein lassen lassen, weil ich nicht gedacht habe, dass ich bestanden habe. Die sind dann an mir und ich habe dann bestanden dort. Und da habe ich die Testresultate rausgeschickt, dann die Schule, dann die Mudi und die sind dann zwei Tage spät angekommen. Wieder ist Warten angesagt. Auch beim Fischen am Walensee braucht es Geduld. Viel Geduld. Eineinhalb Jahre später bewirbt er sich wieder. Doch diesmal erhält die Flugschule vom Staat keine Lizenzen für internationale Studenten. Das hat mich schon traurig gemacht. Vor allem, weil ich überhaupt nichts dafür konnte. Es war nicht wegen mir. Sie hatten einfach die Lizenz nicht, um internationale Studenten aufnehmen zu können. Da habe ich mich schon gefragt, ob ich das machen soll. Wir hatten wirklich das Gefühl, dass Mudi das Richtige ist. Das ist das, was ich schon lange gewartet habe. Und jetzt habe ich schon viel dafür gekämpft. Und ich gebe jetzt sicher nicht so leicht auf. Und jetzt warten wir noch mal ein Jahr. Dann endlich. Im dritten Anlauf klappt es. Ich habe mich noch gut erinnert, weil ich gerade im Militär war, am Abverdienen und eine E-Mail bekommen. Wir erwarten zu sein im August in Spokane, Washington. Und das war natürlich unglaublich. Nach drei Jahren warten und immer wieder zurücksetzen. Und dann endlich war es so weit. Am Morgen, früh um zwei Uhr, habe ich eine E-Mail bekommen. Und ich habe gerade in den Super Bowl geschaut. Und ich habe gerade meine Kollegen geweckt. Und ich musste es gerade erzählen. 2006 beginnt David mit der fünfjährigen Ausbildung am Moody Aviation Institute. Jetzt kann er seine beiden Leidenschaften, Fliegerei und Glaube, verbinden. Die Buschpiloten haben meistens unbefestigte Land- und Startbahnen. Sie arbeiten irgendwo im Gebirge von Papua-Neuguinea oder im Dschungel von Brasilien. Und dort gibt es nicht die Infrastruktur, die wir hier haben. Es sind viele Einzelpersonen, Piloten und Mechaniker gleichzeitig. Und du bist für alles verantwortlich. Du musst alles selber machen. Heute ist David Piloteninstruktor der Schule. Er bildet jetzt selbst Buschpiloten aus. Damit auch anderen dieser Traum möglich wird, hat er die Stiftung Vision Free gegründet. So sollen Kandidaten finanziell unterstützt werden, damit sie ebenfalls am Moody Aviation Institute studieren können. Im Sommer 2014 ist David mit seiner amerikanischen Frau und seinen Kindern zu Besuch in der Schweiz. Als Höhepunkt des Ausfluges nach Bad Ragaz darf er mit einem Pilotenkollegen eine Runde mitfliegen. Es ist natürlich ganz speziell. Mein ältester Sohn ist fast gleich alt, als ich damals war, als ich das erste Mal geflogen habe. und sie zurückzubringen zu den Wurzeln eigentlich oder dort, wo alles angefangen hat. Es war sehr speziell, wunderschön. Und wenn ich dann auch die Möglichkeit hatte, zu fliegen, ist ganz schön. Wenn ich zurück schaue und denke an all die Unmöglichkeiten, die ich im Leben gehört habe, die man nicht machen kann, und jetzt schaue ich auf mein Leben zurück, und all diese Sachen waren jetzt doch irgendwie möglich, dann ist es schon überwältigend, und wenn Gott dies wo haben will und einen Auftrag hat für dich, dass es dann nicht darauf ankommt, wer sagt, was unmöglich ist, sondern er macht es möglich. Und dann ist das überwältigend für mich, um zu sehen, wo er mich hingebracht hat. Die Rebekah ist als Kind oft angeeckt. Sie hatte nicht nur Kämpfe mit sich selber, sondern auch mit ihren Mitschülern, die sich das ganze Schulhaus gegen sie stellt, fängt für sie eine lange Abwärtsspirale an. Ich habe jeden Tag einen Zwang, also einen Kampf. Ich musste mich selber unter Druck setzen, dass ich gehe und dass ich jeden Tag auf den neuen Schulgang. Ich wusste jedes Mal, was mich erwartet, wenn ich da hinkomme. Rebecca besucht die Oberstufe in Herisau. Ihr fällt es schwer, sich im Unterricht zu konzentrieren. Damit bringt sie Lehrer und Mitschüler gegen sich auf. Immer wieder wird sie von ihren Freunden ausgeschlossen, mit Schneebällen beworfen und gehänselt. Jeden Tag habe ich mich gezwungen, in die Schule zu gehen, weil ich gewusst habe, wenn ich mal einen Tag nicht gehe, dann wird es noch schlimmer, weil sie mich dann noch auslachen. Ich bin mir nicht getraut oder versteckt von ihnen. Das war eine ganz schlimme Zeit. Es war auch viel zu Hause, auch viel zu Hause zu beruhigen. Sie haben dich zufrieden. Hallo. Eine gute Zeit hatte sie mit ihrer Familie auf diesem Hof. Als Jüngste von drei Geschwistern ist sie hier aufgewachsen. Es war eine super Zeit, also mega schön. Wir sind in den Wald zu spielen, haben dort Baumhäute gebaut. Und an so schönen, sonnigen Tagen wie heute haben wir dem Buben geholfen, haben wir einmal einen Füffchen davon bekommen. Grüezi, Neve. Hallo. Grüezi, Val. Sie sind sehr viele Sachen hier angestellt. Sie war einfach ein sehr fröhliches, lebendiges Mädchen. Mit viel Flausen im Kopf. Als Teenager wird ihr das zum Verhängnis. Sie wird immer mehr zur Aussenseiterin. Rebecca fühlt sich alleine und verzweifelt. Der Druck der Schule, der Mitschüler, der Mobbing, der Drang, dazugehören und nicht eine Aussenseiter zu ziehen. Dann hatte ich auch Streit mit den Eltern. Das war einfach zu viel. Für mich war das Leben nicht mehr lebenswert. Darum fand ich es besser, um es zu beenden. Mit Tabletten versucht sie, sich das Leben zu nehmen. Ihre Mutter war es, die Rebecca im letzten Moment in die Notaufnahme fährt. Dort haben sie gesagt, es ist ein Wunder, dass das Herz nicht stehen geblieben ist. Ich bin so viel Medikamente. Es ist wirklich ein Wunder. Und zwei Tage war sie oft intensiv. Nur knapp überlebt Rebecca den Suizidversuch. Sie findet neue Freunde. Drogen, Party und Alkohol bestimmen ihren Alltag. In eine andere Realität bin ich mit den Drogen gekommen. Das gab es mir schon am Anfang. Es ist total weg von den Gedanken und vom Alltag. In eine Glückswelt, in die man so sein kann, wie man will. Und sich vielleicht gehen lassen. Mit 17 Jahren verliebt sich Rebecca in einen 36-jährigen Mann. Auch er ist drogensüchtig. Gemeinsam konsumieren sie verschiedene Drogen. Als Rebecca ihre Arbeitsstelle verliert, verliert sie auch ihren letzten Halt. Die Beziehung zerbricht. Schon bald verliebt sich Rebecca neu. Sie scheint ihr Leben in den Griff zu kriegen. Er hat mir eine neue Welt gezeigt. Eine neue Realität weit weg von meinen Freunden, von meinen Bekannten und von dem Leben mit Drogen und Alkohol. So ist es ganz einfach gewesen. Auf den anderen Tag habe ich aufgehört. Ich habe es überhaupt nicht vermisst. Ich war glücklich. Mir ist es sehr gut gegangen. Das Paar heiratet und zieht nach Basel. 2010 kommt Tochter Noah zur Welt. Doch die Beziehung gestaltet sich schwierig. Immer öfter kommt es zu Streit. Die neue Rolle als Hausfrau überfordert die junge Mutter. Wir hatten sehr heftige Streit. Es war wirklich nicht mehr schön. Ich habe gemerkt, jetzt kann man nur noch Gott helfen. Wenn es einen Gott gibt, dann kann nur er aus dieser Situation helfen. Ich habe dann einen Kalender gelesen. Es standen Versen auf einem Kalender. Ich habe sie gelesen. Die sind direkt in mein Herz. Ich habe mich angenommen gefühlt. Nur durch die Worte, die ich gelesen habe. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es war wirklich so schön. Ich musste wirklich brüllen. Eine Hoffnung habe ich gespürt. Am Weihnachtsabend 2011 gerät der Streit ausser Kontrolle. Rebecca flüchtet aus der gemeinsamen Wohnung und irrt durch Basel. An einer Weihnachtsfeier für Obdachlose hört sie die Lebensgeschichte eines Mannes. Die war sehr ähnlich meiner. Er hat auch erzählt, was Gott aus meinem Leben machen kann. Dass er von einer Abwärtsspirale aus einer Aufwärtsspirale machen kann. Das hat mich dann mega berührt. Weil ich denke, genau das will ich auch. Und wenn Gott das in seinem Leben bewirken kann, dann kann er das auch in meinem Leben bewirken. An diesem Abend lernt Rebecca Madeleine kennen. Hallo! Hallo! Die zwei Frauen freunden sich an. Madeleine wird zu Rebeccas Ängste vertrauten. In ihrer Erinnern sah es sehr düster und traurig aus. Und dadurch, dass sie zu Jesus gefunden hat, wurde die Abwärtsspirale wie unterbrochen. Es kam Frieden ihres Herzens. Die Freude ist ihres Herzens gekommen. Wow! Schau mal! Schau mal! Schön! Es war eigentlich wie eine Befreiung. Weil ich begriffen habe, dass ich einen Wert habe, dass Gott mich liebt und dass ich wertvoll bin in seinen Augen. und dass man mir auch Respekt entgegenbringen muss. Wie jedem anderen Menschen auch. Rebecca trennt sich von ihrem Mann. Mithilfe von Madeleine beginnt sie, mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen. Bei denen, wo es möglich war, habe ich mich entschuldigt, habe ich um Vergebung gebeten. Auch vor Gott, dass das bereinigt ist. Aber auch mir selber habe ich vergeben müssen. Und anderen Leuten, die mir etwas angetan haben, musste ich vergeben. Und dann habe ich gemerkt, Stück für Stück, eine Erleichterung habe ich gespürt. Rebecca geniesst nun auch die süssen Seiten des Lebens. Diesen Sommer hat sie eine theologische Ausbildung abgeschlossen und ein neues Abenteuer ruft. Nächstes Jahr möchte sie mit Noah nach Israel auswandern. Zuerst war es ein bisschen hoch und runter. Ich musste mich noch zurechtfinden. Ich hatte noch keinen Anschluss. Ich bin zwischen meinem alten Leben und meinem neuen gestanden. Das ist ein bisschen hin und her gerissen. So ist eigentlich Stück für Stück bin ich meinen Weg gegangen. Also es geht weiter beruf. Wir sehen uns. Wenn Sie gerne noch mehr über die Lebensgeschichte von Rebecca möchten erfahren, dann haben Sie noch bis Mitte November die Möglichkeit dazu. In Bern und in St. Gallen wird das Leben von ihr als Musical aufgeführt. Infos dazu finden Sie auf unserer Website sonntag.ch Wenn Sie lieber lesen, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlassen fünfmal das Buch über Rebecca. Beantworten Sie einfach folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. Was hätte David Baini schon immer wollen? In einer Woche zieht es Rudi Osoran ins Bessin. Dort trifft er den Unternehmer Walter Neukomm auf seinem Weingut. Und in zwei Wochen geht es bei uns um Christen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Ade und Tschüss. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Mergert G&C Bautechnik AG Ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik.